Karim, Münsterwurst oder Falafel? Ich sage nicht nein zu einer Münsterwurst, aber gute Falafel gibt es auch in Freiburg tatsächlich. Jonathan, in Freiburg fehlt ein wirklich gut ausgebautes Radnetz mit richtig Radstraßen, die mindestens zwei Meter breit sind. Welches Bundesministerium würdest du gerne mal leiten, Karim? Das wäre wohl das Innenministerium. Da könnte man echt noch viel bewegen, insbesondere im Bereich Heimat, damit man Deutschland so gestaltet, dass es wirklich Heimat für alle Menschen ist, ungeachtet ihrer Herkunft. Early Bird oder Morgenmuffel? Ehrlich? Ich mag die Abende lieber. Und morgens nehme ich auch meistens den späteren ICE, wenn ich zur Arbeit pendle. Muss ich ehrlich zugeben. Was hat dich zuletzt richtig gefreut, Karim? Das war definitiv das überragende Rückspiel von Liverpool gegen Barcelona, als die Barca mit 4-0 vom Platz gehauen haben. Welche Politiker, Politikerin hat dich beeindruckt? Joschka Fischer war, glaube ich, einer der ersten Politiker, der mich beeindruckt hat. Damals war ich noch jugendlich, aber ich fand sein Rückgrat und seine Haltung insgesamt sehr gut damals. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.